Koba Küchtemiskap, 6. März 2016, erstes Turnier, Runde 4 oder 5, welche Runde haben wir? Runde 5, Michael Lachmeier spielt gegen Reinhard Steinbrecher vom C-Fördien unter Aschbach. Schmal die Box hier. Ich bin schmal. Wenn ich einen Bauern habe, ist das immer der Punkt für den anderen. Warte mal, ich hätte das für Kult. Ich bin schmal. Ich bin schmal. Ich bin schmal. Ich bin schmal. Ja, wir haben eine Zeige. Ja, das sind hinten jetzt schon. Ja, das ist hinten. Da kann man einfach in der Hand Spannung, weil es wieder kaputt auf ist. Ja. 1, 2, 1 1, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Die ging jetzt! Danke! Es waren jetzt drei Stück, die können allen lieber gehen! Den haben wir jetzt echt verdient, oder? 2, 2! Ja! Den gibt es! Ja! 1, 2, 3 3, 3 3, 3, 3 3, 3 3, 3 4, 3 6 4, 3 5 5 Oh, sorry. Oh, sorry. Nice. Oh, nice. Ja, komm. Nice. 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 Okay, sorry. All right. Sorry. Thank you. Ich glaube, du willst mich ins Koma spielen und dann zuschlagen. Ich glaube, du willst mich ins Koma spielen. 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 Das ist gut. Oh, Mann! Oh, schön! Mein Name ist Zufall. Sein gerade. Aber so kurz, dass wir den links nicht ankommen. Super! Ja, und dann wird der erste, wie wir vordert sind. 2-1. Sehr schön! 1-3. 1-4. 3-9. 4-2. 6-2. Wunder. 2-4. 1-4! Ja! 1-3. 4, 5er? 4, 5er? 4, 5er? 6, 5er? 5, 6er? 1. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 1. 1. 2. K CNC 2. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 3. Schön! Links hat es ja viel wunderbar vergleicht. Alles auf dem Bild. Auf den Tisch. Ach nein Mensch, den hast du jetzt wirklich so weihnachtlich hergeschickt. Ein Minimum 5 Punkte, wo du einfach vollständig bremst, vollständig bremst. Das muss man jetzt so geben. Schauen wir mal. Das ist ja auch zu neckig. 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 Ja, wir wollen jetzt auf den Bild. Das ist ja nicht so, was du hier vorst. Das ist ja nicht so. Ha! Eins, null! 2 1 Noch ein 2 6 6 7 8 8 9 10 11 12 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 15 1, 2, 6, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spielen wir uns! Nein, du warst mit dem Züchst. Spürst du runter, dann spürst du ein bisschen Scheiß. Achtung! Huch! Nicht ziehen aus. Zum dritten Wollschutz. Klaue Trout. Applaus Könntest du zählen? Nee. Nee. Entschuldigung. Mach mal nix. Zweier! Zweier! Oh! Digga! Zweier! 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 Neun, 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 neun... Zweier! Zweier! Wie sind die Fußballer, Sie sind so schnell auf die Fiesse? Zehn, da, sechs! Es ist dann leider wieder er dran. Tja, Martin! Ah! Bitte, Zelle? Ja. Sorry. Ich guck, du hast den Power. Nur eins. 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 Zwei. 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 Ja da beball. Ach, was ist diese ungeraden Sätze? Das gibt's doch gar nicht! Nein! Zum Kotzen! Ja, Mann! Wie greift ich da! Ja, Mann! Neun! Vier! Jetzt der sechste ist, dass du drei bei mir trickst! Ich wollte die Wien tricksen! Scheiße! Zwei, zwei, drei, drei, vier... ...fünf, vier, sechs... ...und acht ... Jetzt kommt wieder dieses... ...bier, drei, vier... ... und vom Kumpel machen! Osser, Mensch, 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 da ist das... Uh! Ich sehe deinen... Jetzt müssen wir schauen. Okay. Auf, komm. Tja. Ohne gegen die Gegend. Tut mir leid. Sehr gut. Nein. Ich bin nicht erlaubt. Nein, ich bin nicht erlaubt. Es ist aber erlaubt. Die haben keine Stirn. Die kommt schlaff und sagt nicht zwei Jahre. Ach so. Wenn es hundertsitzig ist, nicht absitzig. Wenn es reine Bewegung ist... Ja, du darfst du nicht... Ich kann nicht so arbeiten, er hat ganz wirklich gewöhnt. Er hat mit der Hinterstück in Basketball zu. Gut. Jetzt will ich noch nicht rausgehen. Ich kann gehen. Ja. Macht es. Ja. Das ist das zweite Spiel heute wohl. Ich versäugere mich, das ist das Spiel auch noch. Komm an. Zwei Spiele gegen fünf. Das ist für zwei Spiele. Das ist das Spiel. Das ist alles fertig. Das ist das Spiel, das ist das Spiel zu spüren. Wir kommen zum Spiel. Wir kommen zum Spiel. Das sind die Bolzer, entweder sie treffen es oder sie treffen nicht. Das ist aber vollkommen wichtig.